So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und hier, guck mal, der Robin ist wieder da. Jetzt hat er sogar Haare gewaschen und sich deswegen eine Mütze aufgesetzt, damit die Haare gleich wieder vergammelt sind. Wow, richtig fett. Wir sind schlau. Wir haben schon wieder unsere, wie heißt es? Abdeckplane. Unsere Abdeckplane mitgebracht. Hier ist nämlich Schnee, deswegen wurde er abgedeckt, damit ihr euch da hinlegen könnt. Das passt. Jetzt muss ich aber mal kurz in die App. Das habe ich nämlich eben verschwitzt und dann muss ich euch zeigen, wer wir eingeladen haben. Und ich finde es so lustig. Wir machen nämlich jetzt einen Mega Rex Blizzard Raid und neben der Arena sitzt einfach ein Rex Blizzard. Sprich, wenn wir den Raid machen, kriegen wir ein Rex Blizzard, was sowieso schon neben der Arena sitzt und man einfach so wild fangen kann. Aber warum nicht? Das macht man natürlich gerne. 5 Minuten ist noch Zeit. Jetzt muss ich aber den Ton mal runterschrauben. Der Crazy O immer mit seinen Memos. Und guckt, guckt es euch an. Es ist, ich glaube es ist weg. Es sitzt gar nicht mehr hier. Bei den anderen saß es gerade noch, aber dann guckt man halt so lange erstmal hier auf die Leute, die eingeladen werden wollen. Es haben sich nämlich angemeldet. Der Iverscharf 1, also der Hannes, der Tuli, der Noriega, der Di Jojo, das Jojo, der Jojo, The Tiger King, Trainer Serbs, Laugenbroten und ich flex deine Ex 8. Hat sich gerade noch dazu geschrieben. Jetzt muss ich bei denen allen, weil Anfragen sind raus, deswegen haben die alle ein Herz. Jetzt muss ich überall noch einen Punkt dran machen, dass ich die gleich schneller finde beim Einladen. Und ja, das Rex Blizzard ist weg, so wie es aussieht. Ich markiere mir jetzt die Leute, wir machen hier Mega Rex Blizzard. Wie immer könnt ihr natürlich in die GoTool App gucken, wenn ihr kein iPhone habt, sonst geht das nicht. Du merkst hier den 100er Wert, weil du bist Assistent. Versuche ich dir gleich zu sagen, Moment, Mega Rates, Mega Rex Blizzard 16,44. Oder Wettergeboostet 2055. Wettergeboostet bei Schnee, bei Mond. Was ist denn Mond? Und bei Nebel. Ist immer noch Nebel oder ist es jetzt? Ich glaube mal, es ist Wettergeboostet. Merk dir mal 2055. Wettergeboostet. Was ist denn gerade für Wetter? Bewölkt. Na ja, bewölkt. Guck. Was sind das für drei Zeichen? Schnee, Nebel und? Mond. Ja, was ist denn Mond? Nacht. Nacht ist doch kein Wetter. Nacht ist... Na, egal. Dann merkt man uns halt 16,44. Nehmt natürlich Feuer-Pokémon. Haut drauf, macht es kaputt. Ihr könntet hier wieder auf Konter drücken. Da kopiert euch das wieder rein. Wir müssen jetzt aber trotzdem fix noch die Leute... Da ist es doch. Mann, da nehme ich das in der Überblendung mit. Gut. Wir fangen jetzt gleich das Mega Rex Blizzard, nachdem wir jetzt schon ein Rex Blizzard vorher gefangen haben. So, wir lassen noch das Auto fix vorbei von der Fernwärmeversorgung. Na dann würde ich sagen, gehen wir mal auf den Ray. Da ist nämlich nur noch sechs Minuten da. Dann können wir da drauf auf den dicken, fetten Mega Rex Blizzard. Hier auch. Bei denen muss ich natürlich wieder einladen. Hauptsache der Robin hat seine Musik an. So, dann haben wir hier Aiva Schaf, Jojo, Noriega, Tiger King, Tuli, Flex Deine Ex, Trainer Sir, Ups, Laugenbroten. Die gehen alle rein. Was ist das denn? Einfach auf private Gruppe. Bruder. Das war wieder mal zu gut gemeint. Wir sehen überall Heetran, 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 Heetran. Alle aus dem Raid gefangen damals. Das sind halt die kleineren Accounts jetzt. Bei dem großen habt ihr Labradus. Dann dürfte das 96er sein. Dann ein Entei. Dann ein Entei mit 100%. Skellabra 100%. Glurak 100%. Da würde sich auch Mega Glurak jetzt sicherlich anbieten oder andere Feuer-Pokémon. Habt ihr heute auch schon ein Mega Rex Blizzard gemacht? Schreibt es mal rein. Generell, wie findet ihr das Pokémon? Ist das nützlich? Macht ihr davon mehr? Macht ihr weniger? Ich glaube, am stärksten und sinnvollsten ist immer noch Mega Gengar gewesen und Mega Glurak Y. Das glaube ich, die zwei Top-Favoriten, wenn es um Mega Pokémon geht. Wir legen euch jetzt aber hier hin. Das werde ich dann trotzdem alles noch vor der Raid Mania hochladen. Soll ich dich dann eigentlich mitnehmen oder musst du wieder heim? Wohin? Na, wir sind ja nicht in die Stadt, auf dem Markt. Da setze ich dich aus, dann können sie sich um dich kümmern. Ich bin nach Hause. Scheiße. Was denn jetzt? Bist du angerufen? Keine Zeit. Keine Zeit. Ist wichtig, Pokémon-Video drehen. Ja, ist wirklich wichtig. Weil mich wäre ja auch reingekommen auf den Friedhof, aber sie haben ja schon mal ein Video gesperrt, weil ich auf den Friedhof gedreht habe und dann hinten eine Frau vorbeigelaufen ist, die da gearbeitet hat. Und die hat es dann gemeldet und gesagt, sie war im Fernsehen. Und deswegen muss ich jetzt immer gucken, dass ich hier draußen stehe und wir nur Nummernschilder drauf haben. Grüße gehen raus. Jetzt geht es auf jeden Fall los. Kannst du das nicht wegdrücken einfach und dann ist Ruhe? Ja. Und dann beim Wegdrücken steht auch meistens da, rufe später zurück oder sonst was. Oder du wärst dran und hättest gesagt, Moment, ich ruf gleich zurück. Irgendwas, so, keine Ahnung. Der ganze Bildschirm ist voll mit sehr effektiv und nicht effektiv und wieder geboostet und nicht wieder geboostet. Und dann Pokémon wechseln. So. Wir müssen ja eh mehr Raids machen. Ich hoffe, dass ein Mega Raid zu der Champion Medaille dazu zählt. Da ich da ja jetzt trotzdem immer noch 1000 brauche. Beziehungsweise habe ich... Was fängt mich hier wieder weg? 1100 oder so und 2000 brauche ich ja jetzt für die Champion Medaille. Deswegen nehmen wir mal mit. Es geht immerzu raus hier bei dem. Was ist denn? Immerzu wird die App klein und wieder groß. Ich glaube, die mag die Kälte nicht. Der entgeisterte Blick beim Robin. So, was war der 100er Wert? Hast du es dir gemerkt? 16,44 und 20,50. 16,44. Ich drücke mal hier alles durch. Synchronisierung, nein, wollen wir nicht. Netzwerkfehler wollen wir auch nicht. Das Ding ist, man muss sie halt fangen, damit man die Mega Bonbons bekommt. Das bringt mir also nichts, wenn ich in der Raid-Stunde überall fliehe. Ich habe eigentlich schon 13,10. Was nicht vielleicht? 3, toll. Was ist der 100er Wert? Sag es nochmal. Hast du nicht gesagt 16,44? Ja, was? Jetzt sind überall 13 noch was drauf. Hast du nicht gesagt 16,44? Vielleicht hast du, ich vielleicht, ja, ich habe es falsch, genau. Wir gucken nochmal kurz rein in die App. Das ist sehr verwirrend gerade. Ah! Wir gucken nochmal kurz rein in die App und sehen. Hä? Was ist das? 16,44? Kann nicht sein. 16? Wir haben mega Ganker. Ja, auch. Aber da auch. Also, warte mal. Wir machen mal ein Update. Kurz hier in der App. Und haben... Das kann nicht sein. 16,44. Okay. Wir haben 13,32. 13,32. 13,32. 13,6. 13,2. Wie viel hat denn da eins gehabt? 13,10. 13,10. Oder so. Dann ist 13,32 gerade das Beste. Ladet euch nicht die GoTool App. Lasst das. Jetzt ist auch noch das ausgegangen. Oh mein Gott. Ich muss euch mal wieder ein Stück hochziehen. Bisher GoTool App richtig heftig. Und jetzt Enttäuschung auf ganzer Linie. Also, mega Rexblisser hat die GoTool App überlistet. Also, es muss auf jeden Fall mehr als 13,30 haben. Dann ist es gut. Jetzt muss ich mal gucken, ob eins noch da ist. Weil das ja aus dem Raid gekickt hat. Da sitzt es noch. Wir gehen nochmal drauf. Toll. Jetzt bin ich mit Laugenbroten aufgestiegen. Auf bester Freund. Im Rexblisser Fangbildschirm. 13,35. Es ist auf jeden Fall das Beste aus der Runde. Ich habe trotzdem aber keine Ahnung, wie gut das jetzt ist. Ob das ein gutes ist oder nicht. Machen wir mal hier ein Screen. Kann ich gleich löschen. Den Laugenbroten. Hat er mich schon wieder abgezogen. Heute Abend wären wir aufgestiegen. Ja, das wusste er jetzt nicht. Ich wusste nicht. Keiner hat dran gedacht. Keine Ahnung. Wir nehmen das jetzt mal mit. Ich fange das sogar mal mit den Silbernen. Habe ich ja so viele. Weiß ich eh nicht, wofür ich die nehmen soll. Ist eine Weiterentwicklung. Nehmt mal gerne mal Silberne. Treff mal rein. Ihr müsst mit einem Feuer-Pokémon Kopfbälle schießen. Dann ist die Fangrate höher. Das ist ein Lifehacker. Seht, der erste, der getroffen hat. Und er ist direkt drin. Das ist natürlich nur Quatsch. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber es hat funktioniert. Er hat 11. Oh, Levelaufstieg. Da muss aber 42 stehen statt 32. Nein, wir bewerten es. Und es ist ein... Schlecht. Toll. Es ist halt schlecht. Da war bestimmt das, was davor hier gesessen hat, noch besser. Das, was davor hier gesessen hat, ja. Er hat auf jeden Fall mehr WP mit 1700. Und... Na ja, gut. Lassen wir mal so stehen. Habt ihr auch schon einen Mega-Rex-Bläser gemacht? Schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in der Raid Mania heute Abend. Ladet fleißig ein. Wenn ihr unterwegs seid und Kijurim macht, ladet nicht ein, wenn ihr alleine seid. Zu zweit wird das eh nichts. Ladet nur ein, wenn ihr euch abgesprochen habt mit anderen Leuten. Ansonsten Grüße gehen raus an den Robin, wenn er das hier sieht. Vielleicht schreibt da mal einen Kommentar drunter, sowas wie Ich war dabei. Da freuen wir uns auf jeden Fall immer. Mein Ei geht auf. Komm, wir gucken. Wir gucken noch, was aus seinem Ei kommt. Oh, wunderschön. So ein komischer Mond, so ein Wetter-Mond, der uns sagt, dass es nicht geboostet ist. Ja, ich raffe es trotzdem nicht. Jetzt bewerten wir noch. Jetzt kommt noch der 100er, aber zum Ende noch nichts. Wenn ihr den 100er-Wert habt von Mega-Rex-Bläser, schreibt den mal rein, die zwei Werte. Also die müssen ja irgendwo stehen. Das war es jetzt von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Robin und euer Ramses. ' '